Ich bin Giuseppe Antonio Pagalelli, ihr dürft mich Toni nennen. Ich bin, pardon, ich war ein Star. Der alte Fritz tanzte, als er noch nicht am Stock ging zu meiner Musik. Seine Schwester, Wilhelmine, die Madrefin von Bayreuth, zahlte Unsummen, nur damit ich ihr das Singen beibring. Jedenfalls so lange, bis sich meine liebe Gattin bei Hofer mit der Spindadion Wilhelmine zu zoffen begann. Mamma mia, was für ein Theater! Areviterci Bayreuth, areviterci Moneten. Aber scusi, Unkraut, vergeht nicht. Ja, 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 ein paar Jahre musste die kleine Brötchen backen. Ein Pferdehaus, eröffne hier, ein Pferdehaus, eröffne dort. Und statt Berlin und Wien spielte man eben in kleinen Nestern mit unaussprechlichen Namen wie den roten Klärten hoch. Aber dir und mir, was soll's, man nehmen, was man kriegen kann. Und es war nicht alles schlecht, da oben, die Pomme, außer die Küche. Aber nun, genug in Plauderei, schließlich geht es hier, um meine Comeback. Und tust! Jedenfalls! Ja! Jedenfalls! Jedenfalls! Untertitelung des ZDF, 2020